Musik Insgesamt spielen wir auf 19 Feldern in 12 Hallen, haben ungefähr 400 Helfer im Einsatz und begrüßen rund 2500 Gäste hier in Zierendorf. Besonders gefallen hat mir, dass wir gegen verschiedene Mannschaften spielen konnten, gegen die wir noch nie gespielt haben. Man wächst als Team zusammen, auch wenn man nicht alles gewinnt, ist man trotzdem immer zusammen, man hängt sich rein und man hat echt eine schöne Zeit einfach zusammen. Einfach ein schöner Fairplay-Gedanke, also es ist natürlich Competition vorhanden, aber es ist trotzdem natürlich so, dass irgendwie das auf dem Vordergrund steht und ja, somit da das große Ganze gesehen wird und viel Spaß dabei ist. Everyone is super nice and super friendly and yeah, really enjoy being here and meeting like a lot of new people. Musik Es ist so, dass sich eine große Basketballfamilie immer wieder trifft, jedes Jahr hier in Zierendorf und aus ganz Deutschland und aus ganz Europa. Man sieht halt, wie die Kinder auch miteinander oder auch die Erwachsenen und die Basketballgruppen miteinander halt am Ende feiern und zusammensitzen und einfach Spaß dabei haben. Musik 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 I would recommend it because you get to see what level you are as a team in Luxembourg and compared to Berlin, you get to see from other clubs how they are, perhaps learn and compare yourself. Musik 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 Vielen Dank.